Dann sehen wir vielleicht den Verlauf des schöneren Nachttags. Der sucht seinen Vater und der Georg Schultz, der kann abgeholt werden von seinem Vater. Und zwar beim Polizeinschützer in der Land und vor der Halle der Rotorflugschule. Also der Land und der Land und der Polizeistation da. An der Ostsee, irgendwo bei der Füße der Katastrophe könnte es lieber sein. Nein. Nein. Die RS-197 sind in der Karte der Popperia. Runde war ein bisschen. Tschüss. Und die Torquillo-Klappe ist jetzt schwerst und jetzt sehen Sie, dass Torquillo, Torquillo natürlich nur einmal anfängt. Die Torquillo, 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 Torquillo. Und jetzt sehen Sie dann die Startvorbereitungen des nächsten fliegenden Relics. In diesem Fall aus dem Baujahr 1918. So, Modell 1910. Das heißt also die Konstruktion von Louis Glériot. Das sind schon Ihre Geräte. Aber wenn die Landung zu kurz auf die Liga ist, dann ist die Liga an der Bordwand verschenkt. So, und über uns, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Besucher, liebe Gäste des 17. Internationalen. So, und über uns, eine Konstruktion von 8 Jakobs aus dem Jahr 1935. 1936. Ja, es gibt leider Kampf. Ich bin auch im Kahn. Wir haben ihn zufolge. Da haben sich Großvater Walter, Sohn, Clemens und Klingel. Bis zum nächsten Mal.